Willkommen verehrtes Publikum zu unscharf und schlecht beleuchtet. In diesem kurzen Video werde ich in eigener Sache auf einige Dinge eingehen. Zum Anfang möchte ich aber auf unsere große Jubiläumsausstellung hinweisen. Diese findet vom 15. bis 17. Oktober 2021 in Zeuthen in der dortigen Mehrzweckhalle statt. Der Veranstaltungsort ist gut zu erreichen. Nur wenige Minuten vom S-Bahnhof Zeuthen entfernt findet man die Mehrzweckhalle dort neben der Paul-Dessau-Schule. Was erwartet nun den geneigten Besucher auf diese Ausstellung? Wie schon 2017 werden wir eine lange zweigleisige Strecke aufbauen, die sich wie eine Schlange durch diese Halle windet. Wahrscheinlich kommen wir diesmal auf etwa 170 Meter Streckenlänge und diese zweigleisige Strecke ist zum Teil elektrisch in Betrieb, also mit Fahrleitung überspannt. Natürlich ist es keine maßstabsgetreue Darstellung der gesamten Eisenbahnstrecke, die mehrere hundert Kilometer durch das Land führt, sondern wir haben uns verschiedene Punkte und Bahnhöfe herausgesucht, die wir dann möglichst vorbildgetreu nachempfinden. Unsere Modellstrecke beginnt in Berlin am Görlitzer Bahnhof, der aus Platzgründen durch eine Wendeschleife dargestellt wird. Dann führt die Strecke durch den Bahnhof Schöneweide, ein ambitioniertes Projekt, das möglicherweise nicht ganz fertig sein wird zum Ausstellungstermin, geht dann weiter über den Bahnhof Adlershof und kommt im Bahnhof Grünau an. Sämtliche Bahnhöfe sind im Zustand der 30er Jahre. Hinter dem Kehrbogen kommt dann der Haltepunkt Eichwalde-Schmöckwitz. Dieser ist im Zustand des letzten Jahrzehnts, des 19. Jahrhunderts, nach einer alten Postkarte gestaltet. Dann folgt der Bahnhof Zeuthen, der größte unserer Bahnhöfe. Er erstreckt sich über mehr als 20 Meter bis zum nächsten Kehrbogen. Hinter Zeuthen kommt dann der Bahnhof Wildau mit einer Darstellung, einem Anschnitt der Schwarzkopfwerke. Der Kenner weiß um die Bedeutung der BMAG für die Lokomotivfertigung im letzten Jahrhundert und darum zeigt der Erbau auch eine große Auswahl an Lokomotivmodellen, deren Vorbilder einst von Schwarzkopf bzw. der BMAG gebaut wurden und dann in alle Welt ausgeliefert wurden. Wegen des lokalen Bezugs gibt es auch zwischen Wildau und Königshösterhausen einiges zu sehen. So die ehemalige Autowerkstatt Autotot und auch den Königshösterhausener Hafen und ein Teil der Strecke wird dann angedeutet, die dort nach Besko führt. So sind möglicherweise der Haltepunkt Niederlehme und auch der Bahnhof Zernsdorf zu sehen, obwohl beim Bahnhof Zernsdorf, ich bin leider nicht weiterkommen, also da gibt es noch keinerlei Hochbauten, muss ich zu meiner Schande gestehen. Hinter Königshösterhausen folgt die sehr schöne Darstellung von Halbe, einschließlich des Kaiserbahnhofs. Dieses Modell wurde auch schon in Halbe selber gezeigt, als dort der Neuseeländer den restaurierten Kaiserbahnhof der Öffentlichkeit vorgestellt hat. Beim Vorbild ist die Strecke zwischen KW und Halbe natürlich deutlich länger. Hier schließen die beiden Bahnhöfe unmittelbar aneinander an. Dann folgt ein weiterer 90 Grad Bogen und wir erreichen schon den Schattenbahnhof Görlitz. Der hat keinerlei Gestaltung, es ist lediglich ein Betriebsbahnhof, der von den Mitspielern genutzt wird, um die elektrischen Züge in Görlitz kehren zu lassen. In Görlitz beginnt nun der elektrische Betrieb auf der schlesischen Gebirgsbahn. Diese ist natürlich auch nur in einem Teil dargestellt und das hier ist jetzt mein Bereich. Ein 90 Grad Bogen, einige Meter lange zweigleisige Strecke und dann erreicht der Zug den Bahnhof Janowitz. Und Janowitz ist ja schon aus den anderen Videos bekannt und hier hat der Besucher dann die Gelegenheit, nicht nur beim Bahnhof mal genauer von verschiedenen Winkeln zu betrachten, mich einiger Fehler zu zeigen und vielleicht gibt es sogar die Gelegenheit, mit dem Erbauer das Ganze mal zu sprechen. Hinter Janowitz folgt nochmal ein Stück elektrische Strecke. Ich weiß nicht, ob ich fünf, sechs oder sieben, Meter aufbauen kann. Das hängt ein bisschen von dem Platzverhältnis in der Halle ab. Und dann erreicht unser Zug den Bahnhof Breslau. Dieser hat mit dem Vorbild nur den Namen gemeint. Breslau wie auch Görlitz, sie dienen im Fremau bei Treffen nur als betriebliche Endbahnhöfe, wo Züge beginnen, kehren und behandelt werden. Und da ist dann die Arbeitsfläche für den Schattenbahnhofsbediener viel wichtiger als wirklich eine naturgetreue Darstellung. Außerdem, man sieht es dann am Bahnhof Schöneweide, wie umfangreich doch so eine Anlage werden kann. Ja, das erstmal der kurze Überblick. Das Besondere an unserer Ausstellung ist nur nicht nur die zu fahrende Strecke, welche hin und zurück 300 Meter beträgt, sondern wir erlauben es uns auch einigen Besuchern unserer Ausstellung, sofern das Interesse da ist, ihnen eine Regel an die Hand zu drücken. Und dann haben sie die Möglichkeit, auf der Seite der Bediener einmal die ganze Strecke abzufahren, was ja hin und zurück doch deutlich über 300 Meter sind. Also gute Schuhe anziehen. Unsere Gruppe selber ist eisenbahntechnisch eher in der Vergangenheit angesiedelt. Ein Großteil macht Epoche 2, jetzt mit unterschiedlichen Ausrichtungen. Also der schlesische Teil liegt im Jahre 1928. Wildau, Zeuthen und die Berliner Bahnhöfe in den 30ern, Königswesterhausen, dann eher im Zustand der 60er Jahre gebaut. Als Zugeständnis an den Besucher, vor allem an die Kinder, werden wir natürlich nicht nur Rollmaterial der 20er und 30er Jahre einsetzen, sondern bei uns werden auch moderne Fahrzeuggarnituren im Einsatz sein. Ob es nun ein ICE sein wird, weiß ich nicht. Aber wir werden auch das Fahrzeugmaterial einsetzen, was der Zuschauer, der Besucher jeden Tag in seiner Realität, in seiner Umgebung sehen kann. Also die roten Züge von DB Regio, Odeck, verschiedene Triebwagen, Güterzüge, die auf der Görlitzer Bahn auch heute noch verkehren bzw. in den letzten Jahren verkehrt sind. Und damit das für den Besucher, der selber fahren möchte und das auch tut, nicht allzu langweilig wird bzw. für den Besucher, der dann die größere Herausforderung sucht, für den werde ich, sofern es meine Zeit erlaubt, noch eine besondere Aufgabe vorbereiten. An den Betrieb im Fremo angelehnt, werde ich Fahrpläne erstellen und dann einem dieser anspruchsvolleren Besucher einen Güterzug in die Hand drücken, mit Rangieraufgaben in den Unterwegsbahnhöfen. Ich hoffe, das funktioniert. Das klappt. Ob ich mit Wagenkarten rumfummele, muss ich mal überlegen, wahrscheinlich eher nicht. Gut, soviel dazu. Kurzes Video. Ja, ich habe mich wieder übernommen. Nun zum Punkt 2 in eigener Sache. Wenn der geneigte Zuschauer meines Kanals vor meinen Videos, nach meinen Videos oder während meines Videos auf Werbung trifft, das ist nicht mein Verdienst. Ich habe keinerlei Werbung geschaltet. Ich halte von dieser ganzen Geschichte auch nicht viel. Bin mir aber dessen bewusst, dass YouTube irgendwo Geld verdienen muss, um die Infrastruktur zu erhalten und dulde das jetzt stillschweigend. Ja, welche Alternativen habe ich? Ich möchte aber nur nochmal betonen, dass es auch für mich ein Ärgernis ist und ich dafür keinerlei Verantwortung trage. Und der dritte Punkt, kurz und schmerzlos, Nachvertonung. Dies ist jetzt das erste Video, was ich nachvertont habe und ich muss feststellen, das ist verdammt schwierig, das sauber hinzukriegen. Es fällt mir also hier deutlich schwerer, konzentriert und sinnvolle Sätze zu produzieren, als wenn ich die Kamera beim Bauen mitlaufen lasse und dort eben einfach meine Schritte erläutere, erkläre. Gut, das war's. Verehrtes Publikum, ich verabschiede mich.